Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play The Sims 4. Ja, Lucius war gerade knödeln. Habt ihr vielleicht in der letzten Folge noch beobachten können, was macht er jetzt? Genau, jetzt geht er an den Kinderkanal schauen. Wie sieht es denn hier um unsere Kleine aus? Vor allen Dingen unsere Kleine, unsere Drogenqueen. Wie sieht es aus, wenn ein Kind die Schatzkarte... Nein, da kann es auch nur in der Welt platzieren, das ist ja total bescheuert. Da haben wir schon Schatzkarten und können sie nicht wirklich nutzen. Was soll denn das? Ähm... Monika. Monika sieht jetzt hier wieder gesund aus, irgendwie halbwegs. Dann kann sie noch ein bisschen schreiben. Genre, Buch schreiben, schreiben, üben, Entschuldigung schreiben für... Für was? Entschuldigung schreiben für? Hä? Haushalt, Romantik, was? Ich hab keine Ahnung, was diese Entschuldigung sein kann, so leid es mir tut. Äh, Genre, Buch schreiben, verspieltes Buch, Kurzgeschichte. Hm, Kurzgeschichte? Ja, komm, kannst du noch eine Kurzgeschichte schreiben? Ähm, ach, die brauchen wir noch nicht mal benennen. Was soll das denn? So, wie sieht's... Doch, können wir benennen. Das umgekehrte Ballett und andere Kurzgeschichte. Hm. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Ach ja. Da machen wir hier mal so ein Märchenbuch, wa? Geschichten. Hm. Da, 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 da. So, wie nennen wir denn das mal? Hm, diese Kurzgeschichte nennen wir jetzt einfach mal... Boah. Genau, das wird eine Zombie-Kurzgeschichte. Na, nein, 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 nein. Das werden wir jetzt noch nicht machen. Da warte ich dann wirklich, bis das Genre Horrorbücher kommt. Dann kann sie da nämlich, äh, diese... Ja, ne? Äh, Kurzgeschichte schreiben. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Boah. Kleckermanns. Äh, boah. Drogen... Drogenfreuden auf den... Nee, auf den Strich nicht, aber Drogenfreuden mit ein. Auf dem Strich mit Monika K. Ah, so. Mit Monika K. Das passt doch. Hm, ja. Dann können wir das unten auch so lassen. So, Liebes, wie sieht's bei dir aus? Du pennst gleich ein, aber du kannst vorher noch mal bitte duschen gehen. Du stinkst wie ein Schwein nach Arbeit. Stinkst wie ein Schwein nach Arbeit. Das hört sich auch super an. Ja, nach ihrer Arbeit, halt nach Pommesbude. Stinkt sie wie ein Schwein? Sie möchte Geburtstag haben, was? Ähm. Oh, schön, wie... Diese Beziehungen hier sind ja auch ein Traum. Sie muss Charisma... Okay, Charisma... Charismatischer muss auf jeden Fall werden. Ähm. Was wollte ich jetzt gerade gucken? Neues Bestreben wählen. Was? Neues Bestreben wählen? Meistermixerin. Ach. Schau mal an einer an. Das können wir auch einfach hier ändern. Natürlich. Ähm. Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade gucken? Geburtstag, genau. Wie alt ist sie denn? So, das müsste doch hier irgendwo stehen. Tag. Noch 35 Tage, bis sie erwachsen wird. Was ist denn das für eine Scheiße? Äh. Tut mir leid. Kann ich... Jeder Sim hat ein persönliches... Äh. Ja, ja, ja. Weiß ich doch. So, wenn sie fertig ist mit Duschen, soll sie dann einfach mal knacken gehen. Und Lucius. Ähm. Du gehst dann bitte auch einfach mal schlafen. So, schlafen. Naja. Diese scheiß Tipps, die nerven mich auch was. So. Lucius, du gehst dann mit deiner Schwester zusammen schlafen. So von... Naja, komm. Lucius, du gehst jetzt zu knacken. Ähm. Und deine Schwester geht dann auch gleich schlafen. So. Monika, du kannst noch ein bisschen weiterschreiben. Warum sind die heute alle verspielt? Wegen Schaumbad ist sie verspielt. Natürlich. Hat zwei Punkte, deswegen. Aber was ist hier mit? Hier müsste doch in der Theorie vier Punkte... Äh. Äh. ...bekommen. Warum ist verspielt immer noch höher? Versteh, wer will. So, die Kinder schleifen sich ins Bett. Und Monika, wie sieht das bei dir aus? Ähm. Okay. Okay. Ist gleich fertig, die Kurzgeschichte. Dann machen wir die noch fertig. Dann kann sie ein bisschen aufräumen. Und dann geht sie auch ins Bett. Ach ne, das ist nicht die Kurzgeschichte. Das ist... Wobei, die Kurzgeschichte braucht auch nicht mehr so lange. Da wollen wir mal ein bisschen vorspulen. Gucken, wie lange sie es mitmacht. Sozial ist natürlich wieder ganz unten. Danach... Levelaufstieg. Monika hat Level vier der Fähigkeit Schreiben erreicht. Okay. Dann kann sie hier einfach mal spülen. Und dann nochmal verwenden. Und dann wahrscheinlich nochmal spülen. Und... Weil sie vergisst sie auch gerne mal. So. Post bekommen. Nix. Ähm. Okay. Das ist auf jeden Fall gleich fertig, wie es aussieht. Was für eine Errungenschaft. Monika hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihren Inventar abgelegt. Jawohl. Dann können wir dann nämlich, wenn sie dann gleich knödeln war, selbst veröffentlichen. Äh. Das gibt nämlich alles Geld. Hoffe ich. Komm, beweg dich Mädchen. Und wenn du dann deine Blase geleert hast, kannst du dann auch einfach mal schlafen gehen. Also, wenn du das dann eingeschickt hast. Und ich frage mich, wann die ersten Tantemien reinkommen. Ah, jetzt ist sie auf einmal glücklich. Sie möchte mit jemandem telefonieren. Also, jemanden anrufen möchte sie. Ja, aber nicht um diese Uhrzeit, wa? Komm, sie ist ja noch ein bisschen fit. Ähm. Nein. Auf dem Strich mit Monika K. Monika K. Natürlich. Komm, dann kannst du das verfaulte Rührei dann gleich essen. Und dann kann sie wirklich mal probieren, jemanden anzurufen um diese Uhrzeit. Äh. Plaudern mit. Ja, komm, nehmen wir hier den Sebastian Schmitzer, der wie der Kerl heißt. Er liebt die Kleine doch über alles. Dann kann sie ihr verfaultes Rührei fertig essen, dass sie die Scheißerei bekommt. Und sie möchte auf jeden Fall zur Musik tanzen. Das kann sie morgen mal machen. Wenn sie denn morgen noch glücklich sein sollte. So, dann kann sie jetzt mal schön essen. Und, äh, wenn sie das gegessen hat, kann sie den Kerl anrufen. Dann geht hier auch mal ein bisschen sozial hoch. Ich mein, wir sitzen ja eh in uns ausrum. Das ist das Problem. Das ist so eins der wenigen Sachen, die mich an Sims 4 wirklich stören, dass man nix machen kann. Man kann mal ins Fitnessstudio gehen. Man kann in irgendeine Lounge gehen. Man kann ins Museum gehen. Im Museum kann man fünf Bilder angucken. Das ist zu wenig, Leute. Leute, das ist definitiv zu wenig. Das sieht auch lecker aus, was es da auf dem Teller hat. Komm, stell dich nicht an, Mädchen. Du würdest sogar den Teller noch sauber lecken, wie ich dich kenne. Was, und scheißt du dich gleich ein, oder was? Was? Ich schlafe. Ruf später nochmal an. Okay, dann soll sie jetzt auch schlafen gehen. Bitte schön. Ich hab's nur gut gemeint, damit sie ihren Käse hier auch mal geschissen bekommt. Und, ja. Wie sie vor allen Dingen im Bademantel schlafen geht. Was hab ich mir da... Na gut, ist immer noch besser als Stöckel und Strapse. Ähm. Ist ja auch geil, wie hier die, die, äh, Mücken und Fliegen ums Licht drumherum schwirren. Sind wir das auch ein bisschen näher? Ne, ne? Doch. So sieht man's. Mücken oder sowas sind das? Okay, äh, upsala. Da müssen doch mal zwei Kinder langsam aufstehen. Lucius, äh, du gehst mal bitte ganz schnell eine schnelle Mahlzeit essen. Und zwar, buch, hau dir ein paar Cerealien in den Kopf. Du hast nämlich nur noch eine Stunde Zeit. Jetzt hab ich nämlich nicht auf die Uhr geachtet, weil ich ein Vollidiot bin. Verdorbenes Essen aussortieren, Quatsch. Schnelle Mahlzeit essen, äh, Gourmet essen zubereiten. Das könntest du auch mal machen. Aber, was ist das denn? Die schlendernden Leblosen. Mhm. Hat's noch ein... Och Gott, ich möchte keine Tipps haben, Leute. Geht mir doch nicht auf den Sack mit den scheiß Tipps. Kann ich den Dreck nicht langsam ausstellen? Leute. Ist ja nicht so, als ob ich das hier schon alles irgendwann mal durch hatte. Ist das jetzt nur wegen dem Patch so? So, beide sind wach. Das ist super. Ähm, Hunger. Wir haben beide nur Hunger, wie es aussieht, oder? Ja. Der Rest reicht noch. Sahnetörtchen muss in einer Stunde zur Schule. Das wissen wir. Und ich werde hier mal wieder den Aufräumdienst machen. So. Noch irgendwo irgendwas? Nee, ne? Das ist gut soweit. Okay. Und Sahnetörtchen kann, wenn sie dann von der Schule kommt, mal ein bisschen so eine Gourmet-Mahlzeit machen. Äh, Lucas Dark. Und äh, das hat, glaube ich, Lucius angefangen zu lesen. Kontakte zu anderen Sims-Knüpfen. Bla, 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 bla. Warum kommt das alles wieder? Was soll das? Ich will nicht den nächsten Tipp. Hilfe. Nein, das will ich nicht. Speichern unter Spieloption. Wollen wir mal gucken, ob sie jetzt sowas eingeführt haben. Damit wir mal die, äh, Tipps ausstellen können. Audiomusik? Nein. Gameplay vielleicht. Äh, automatisches Altern. Ach, schau mal einer an. Sim-Lebensdauer. Lang, das habe ich eingestellt. Jawohl. Äh, Selbstständigkeit für gewählten Sim deaktivieren. Nö. Selbstständigkeit voll und aus. Ja, hahaha. Leere Häuser füllen. Jawohl. Erinnerungsassistent. Meinetwegen. Herkömmliches Sozialmenü. Was ist ein Erinnerungsassistent? Aktiviert optische Hinweise zum Aufzeichen. Optische Hinweise. Optische Hinweise. Das sind eigentlich die hier oben. Also, was da ankommen soll. Herkömmliches Sozialmenü. Was ist das? Aktiviert das herkömmliche Tortenmenü. Fürs Ahnodörtchen. Indem die Aktionen nach Typ anstatt nach kontextueller Relevanz gruppiert sind. Was? Ich habe keine Ahnung. Tutorial zurücksetzen. Nein, ich will das Tutorial ganz loswerden. Verdammt. Kamera Steuerung. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Weiteres. Ähm, automatisch neue verbinden. Ja, können wir machen. Online-Zugang ist meinetwegen doch. Das ist Script Mods. Achso, nee. Komm, Änderung anwenden. Ähm, dann brauche ich mir wenigstens keine Sorgen machen. Und das, äh, 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 die altern, wenn ich es nicht will. Ich will nicht den nächsten Tipp. Leute. Komm, dann klicke ich mich jetzt einfach mal durch die ganzen Tipps durch. Normalerweise müsste ich das im Zeitraffer machen. Aber scheinbar scheint es gerade halbwegs zu laufen. Ähm, mit Lucius plaudern. Okay, 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 okay. Sie haben noch eine halbe Stunde zum Essen und zum Plaudern. Sie ist leider immer noch angespannt. Jemand, bei jemandem Luft machen. Weißt du was? Dann kannst du das mal bei Lucius machen. Äh, Ärgerluft machen. Das passt. Ähm. Ärgerluft machen, jawohl. Dann ist sie den Scheiß schon mal los. Und als nächstes von Spiegel. Das wird sie aber nicht machen. Und Monika kann jetzt langsam mal aufstehen. Und dann kann sie doch mal ihren Typen da anrufen. Hier den, äh, plaudern mit dem da. Ach, der mag sie noch nicht mal. Das ist ja umso besser. Ich dachte, das wäre jetzt hier Dreck gewesen. Das sah jetzt wirklich auf Entfernung aus wie Dreck. Ich hab mir gerade schon gedacht, warte mal. Die hat gerade ein einziges Mal da drinnen gelegen. Warum ist das jetzt schon so versifft? Wie das Waschbecken? Guck mal, ist die gleiche Farbe. Baden, Schaumbad, verbessern. Nein. Säubern ist nicht. So, Sozial hat ja sehr viel gebracht. Dann geht sie doch jetzt mal bitte. Bestellung, Witze schreiben, programmieren, üben. Nein, Karriere, Haushalt, Spiels... Hat die gerade gefurzt? Sieht so aus. Okay. Genau im richtigen Moment so... Mal Pause drücken. Scheiß den Haufen. Emotionale Aura deaktivieren. Nein, Webräume auch nicht. Mehr Auswahl. Gehen wir wieder zurück. Kontakte knüpfen. Okay. Brieffreund finden. Nein. Mit Sebastian Schmitz chatten. Nein. In Foren provozieren. Nein. Nehmen wir mal den handelsüblichen Chat. Die Kinders, die gehen jetzt eh zur Schule. Dann hat sie ein paar Minuten für sich alleine. Bis sie dann selber zur Arbeit muss. Wann muss sie denn los? Da gucke ich wahrscheinlich jedes Mal noch. Um neun muss sie los. Na ja, da hat sie noch ein Stündchen, wo sie dann mal so ein bisschen, ne? Wie sieht's denn hier aus? Sozial. Ist es nur sozial unten? Sie ist auf jeden Fall inspiriert. Schön, wie das auch nur zwei Pfeile gibt. So, und jetzt muss sie leider schon zur Arbeit. Dann will ich doch jetzt mal rausfinden, wie das hier funktioniert mit dem, ähm, sie hart arbeiten lassen. Wie funktioniert das? Was ist das hier? Traurig. Das ist mir egal, ob sie traurig ist oder peng. Das ist das Telefon. Auf aktuellem Grundstück zentrieren. Nein. Ah. Arbeit früher verlassen. Die Klassiker studieren. Fleißig arbeiten. Mit Kollegen Kontakte knöpfen. Ruhig angehen lassen. Trübse halt blasen. Vom Blasen hat sie ja einiges an Ahnung, aber das lassen wir mal mit Kollegen. So. Dann weiß ich doch schon mal, wie das geht. Faulenzen. Schule früher verlassen. Fleißig lernen. Freundschaften schließen. Faulenzen. Und unser Luscious, der kann mal fleißig lernen. Das soll ja ein, äh, äh, guter Junge werden. Ist ja nicht so, als ob der seine Lehrer schon ermordet hätte oder sowas. Nein. Sowas macht der Luscious natürlich nicht. Ist ein guter Junge. Ist ein ganz braver, guter Junge. Ähm. Muss ich nichts weiter zu sagen, glaube ich. So, einen Moment. Ich trinke jetzt mal kurz einen Schluck. Einen kleinen Schluck nur. Okay. Da kamen die Tantemien rein. Für die ersten zwei Bücher oder für alle? Nein. Für alle, wie es aussieht. Ähm. Ne. Für zwei. Schokomon-Sasane-Törtchen. Und auf den Strich mit Monika K. Ach, der Tausendfüßler hat 18 gebracht. Okay. Der steht da drüber. Den habe ich gerade nicht gesehen. So haben wir jetzt auch einen ganz dezenten, ähm. Einfach mal jetzt ersetzt. Ist doch scheißegal gerade. Ich will nicht, dass Monika schon wieder die ganze Zeit da dran am rumschrauben ist. Oder rumschrauben muss. Eigentlich müsste man hier die ganze Sanitärtechnik alles langsam austauschen. Das ist jetzt auch das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Und, ähm. Ja. Kommen die Kinder jetzt langsam heim? Lucius Finn fühlt sich nur noch okay? Was ist mit dem kleinen Scheißerle? Angespannt ist er jetzt. Jetzt braucht er eine Dusche. Natürlich. Die kann er gleich haben. Äh. Sahnetörtchen. Du gehst doch mal bitte dran. Eingehender Anruf vom Direk... Ich will da nicht dran gehen. Naja, komm. Ja, ja. Die Noten. Direkter hat angerufen, um Bescheid zu sagen. Das ist meine Schulleistung. Recht heikel bestimmt ist. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Diesen netten Anruf vom Direktor. So, Lucius. Du gehst jetzt bitte erstmal... Nein. Du gehst jetzt erstmal eine erfrischende Dusche nehmen. Da bist du nämlich energiegeladen. Dann kannst du mal was gegen deinem Fettwanst machen. Ähm. Sahnetörtchen. Sieht recht gut aus heute. Kennt man so gar nicht von ihr. Dann kann sie sich doch mal hier... Abstraktes Gemälde. Mathematisches Diagramm. Warum ein mathematisches Diagramm? Ist doch doof. Realistisches Gemälde. Klasse. Komm. Kannst du mal ein realistisches Gemälde machen? Großrealistische... Großes realistisches Gemälde. So. Ähm. Jetzt fühlt sie sich auf einmal unwohl. Natürlich. Ist hier irgendwo Dreck? Ach, außer hier auf dem Boden? Nein. Eigentlich nicht. So. Dann kannst du da hinten ein bisschen malen. Sie ist ja jetzt eh gerade inspiriert. Ähm. Lucius. Wenn du fertig bist mit Duschen, dann machst du doch mal bitte deine Hausaufgaben. Zwar hast du gerade keinen Spaß, aber mach einfach deine Hausaufgaben. Hausaufgaben machen und danach machst du die Zusatzaufgaben. Dann hast du es geschafft für heute. Dann kannst du dich wieder den ganzen Tag vorm Fernseher setzen. Hast ja eh nichts Besseres, äh, zu tun. Drei? Drei? Ach so, ja. Klar. Sie musste ja gerade, äh, die, die, die Leinwand kaufen. Deswegen. Ich war gerade irritiert, wo das ganze Geld jetzt schon wieder hin ist. Sagen, natürlich muss sie in ca. einer Stunde zur Arbeit. Wissen Sie was? Die macht heute mal blau. Macht sie heute mal blau, oder? Wie sieht es denn hier aus? Hm. Die muss auch fast jeden Tag zur Arbeit. Komm, wisst ihr was? Dann werde ich das jetzt hier, die Frise, äh, soll sie das hier kündigen gut ist und, ähm, ja. Job kündigen. Oh. Dann soll sie halt Bilder malen, hat sie viel mehr von. Und sie ist dann nicht jedes Mal so K.O. Und danach, äh, fortsetzen. Ja, sie möchte kündigen und jetzt hat sie nur noch die Schule an der Backe und die kann sie eigentlich auch kündigen. Nein, kann sie natürlich nicht. Dann soll sie jetzt Gemälde malen, wie eine große. Hauptsache, wir können das Häuschen hier mal hübsch dekorieren. Und, ja. Was wird denn das? Ach, sie malt... ...ne hässliche Sonnenblume. Es sieht sehr realistisch aus, muss man schon sagen. Abstrakte Sonnenblume. Naja, warum nicht? Ist aber ein realistisches Bild. Gemälde verwerfen. Nein, nicht verwerfen. Fertigmachen, dann verkaufen. Naja, so scheiße sieht es jetzt nicht aus. Da fehlt vielleicht ein bisschen Hintergrund. An Sammler verkaufen. Natürlich. Leinwand, Rahmen. Äh, Name geben. Ohne Titel. Sahnen. Blume. Statt Sonnenblume, Sahnetörtchen, Sahnenblume. Krieg mal hin. An Sammler verkaufen. Naja, immerhin gibt es ein bisschen Plus. Komm, hau ab. Und, äh, abstrakt, abstraktes Gemälde, klassisches Gemälde. Komm, ganz normal, klassisches Gemälde machen. Mittelgroß, ähm, kleines, klassisches. Machen wir mal mittelgroß. Wollen wir mal gucken, wie groß ist das? Weil, wie gesagt, wir müssen... Ja, komm, die Größe ist in Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. Was geht denn mit der alten hier schon wieder ab? Schlechte Drogen geschnüffelt heute, ja? Ähm, und keine Beförderung mitgebracht. Was ist denn hier nur los, Mädchen? Hunger hat sie auf jeden Fall. Und der Spaß ist schon wieder weg. Ach, leck mich doch am Arsch. Ähm, bap, 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 öffnen. Dann kannst du sich mal hier den, äh, den armen Ritter kann sie sich mal nehmen. Ähm, nein, das wollten wir nicht. Wir können die Bananen nicht in den Kühlschrank setzen. Nein, natürlich nicht. Können wir nur im Inventar mit rumschleppen. Natürlich. Und pflanzen. Okay. Wenn wir die nur im Inventory rumschleppen können und nur pflanzen können, dann tut es mir leid. Ach, warum lässt sich das jetzt? Da geht es doch wieder. 40 kriegen wir dafür. Weg sind sie. Ähm, ja. Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Geld nebenbei wieder rein. Lucius. Lucius, Lucius, Lucius. Du hast deine Zusatzaufgaben vergessen. Komm, mach die noch, dann... Sollte deine... Ja, dann soll das bei dir bald besser aussehen. Ach, da muss er nur lesen. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Was denn? Schmeckt scheiße, oder was? Ein Mädchen. So, Lucius. Dir fehlt auch der Spaß? Allen fehlt der Spaß. Immer fehlt den Leuten jeder Spaß. Mann. Mach deine Hausaufgaben fertig danach. Kannst du Kinderkanal gucken und deine Mutter... Könnte mal ein Buch lesen oder so, hm? Hm. Geschäftstüchtig vor allen Dingen. Hm, hm. Geschäftstüchtig am Arsch. Nein, Monika, lassen wir weiter arbeiten. Dann kann sie nämlich bald in Rente gehen. Also wenn sie dann in Rente geht, damit sie eine gescheite Rente bekommt. Und Sahnetörtchen, lassen wir schöne Bildchen malen. Was malt sie denn da gerade? Was könnte denn das sein? Ist das wie irgendein Häuschen? Hier ist so ein bisschen Efeu, dass da runter wächst. Naja, gut. Lassen wir es mal machen. Ähm, Monika. Wie sieht das? Achso, genau. Spaß fehlt hier. Komm, dann guckst du mal den Kanal schauen. Und... Romanze? Nein, natürlich nicht. Kinderkanal kannst du mal schauen. Und Lucius kommt dann zu dir, wenn er fertig ist mit seinen Hausaufgaben. Dann kann er mitschauen. Kanal schauen. Kinderkanal schauen. Wird das eigentlich helfen, wenn ich jetzt die alte hier anklicke und von wegen... Hilfe bei den Hausaufgaben. Näh. Beleidigen, beschimpfen, herbeirufen, liebkosen. Um Gottes Willen, das ist die Mutter. Und das ist noch nicht mal eine gute. Auf Kopfkultur beziehen. Auf Kopf... Ja, natürlich. Auf Kopfkultur habe ich gerade gelesen. Ähm... Okay, langsam erkennt man es. Die Striche scheinen auch halbwegs gerade zu sein. Lassen wir sie noch ein bisschen üben. Und dann kann sie schön die Bildchen hier malen. Und er ist auch gleich fertig wie so... Nee, natürlich nicht. Bing! Ach, warte mal. Wir haben doch richtig viel Geld bekommen. Und das Ding war doch nur 100 noch was wert. Ich glaube, sie wurde doch befördert, oder? Nein, wurde sie nicht. Warum hat sie so viel Geld bekommen? Also, warum haben wir so viel Geld auf einmal bekommen? Ja, okay. Doch, doch, doch. Kommt hin. Also mit dem Lohn. Mit dem ganz normalen. Ähm... Du kannst das Ding hier mal verkaufen. Und dann gucken wir doch mal nach einem... Einmachstrapenskuchen. Was? Surrealistisches Gemälde. Ja, gucken wir mal, was es da so gibt. Ähm... Ein kleines anfertigen. Ich will nur mal gerade die Größen durchtesten, wie die so aussehen. Die Größe ist natürlich auch in Ordnung, um das Haus hier zu dekorieren. Ähm... Was mir noch persönlich fehlt, ist eine Kamera, dass die mal wirklich Selfies machen können. Oder einfach mal... Dass man einfach wieder Fotos machen kann, wie es damals war. Surrealistisches Gemälde. Was gibt das denn? Das gucke ich mir dann an, wenn es fertig ist. Äh... Zusatz... Äh... Hat seine zusätzlichen Aufgaben für heute beendet. Jawohl. Und weitere braucht er auch nicht machen. Dann kann er jetzt mit Fernsehgucken gehen. Und dann nebenbei mit seiner Mutter quatschen. Und wie sieht es denn hier aus? Ist nur der Spaß? Jawohl. Ist nur der Spaß. Bei ihr ist alles im Arsch. Aber das geht noch. Und bei der Mutter geht der Spaß gerade hoch. So, Monika. Dein Spaß geht ja gerade hoch, ne? Du wolltest doch hier die ganze Zeit das Ding haben. Äh... Trimmen. Komm, trimm das Ding mal. Trimm deinen Busch, Baby. Äh, was? Ist ja ekelhaft. Ach so. Der hier Busch ist ekelhaft. Äh, jeder ist... Na, komm, vergess mal's. Hauptsache, trimm dir den Busch. Was soll das sein, Mädchen? Ach so, du bist noch nicht fertig. Ich dachte, sie feiert gerade... Warum malt ihr eigentlich kein Eis in der Waffel, hm? Das wundert mich, dass sie noch kein Eis gemalt hat. So, sie war auf jeden Fall gerade inspiriert. Und jetzt ist sie weiter Fernsehgucken, natürlich. Das ist... Ach. Gelangweilt ist sie. Warum ist sie gelangweilt? Jemand lustig... Lustige Aktivität vorschlagen. Wenn sie doch gelangweilt ist, weißt du was? Dann soll sie doch mal schreiben. Liebesmail schreiben. Ne, soll sie mal schreiben. Üben, damit es hier vorangeht mit der. Wie ist es bei ihr hier? Energie ist im Argen. Vorher kannst du noch mal essen, bevor du jetzt ins Bett gehst, Mädchen. Verdopptes Essen aussortieren als erstes. Und schnelle Mahlzeit essen. Nein, Abendessen essen. Gourmet Menü. Knoblauchnudeln. Boah, das hört sich irgendwie lecker an. Joghurt Parfait mit Früchten. Okay. Dann kann sie mal das Ding hier machen, in Partygröße. Und, ja, wenn sie das Ding in Partygröße gemacht hat, dann... Was ist denn das hier? Künstlerischer... Künstlerisches Ausdruck... Hä? Künstlerischer Ausdruck. Ach, leck mich doch am Arsch. Naja, gut. Das ist jetzt nicht so... Naja. Wobei, das wäre schon was, was man sich gegebenenfalls hinhängen könnte. Was ist es wert? Steht das irgendwo? 93 ist es wert. Was haben wir dafür bezahlt? 50, glaube ich, ne? Aber das werden wir mal nicht machen. So, Sahnetörtchen Kleckermann hat ein Level abgehabt in der Kochfertigkeit. Die neuen Feinschmecker-Kochfertigkeiten von Sahnetörtchen ermöglichen es ihr, vielfältige Mahlzeiten vorzubereiten. Je höher der Fähigkeitslevel, desto mehr Rezepte werden freigeschaltet. Ja, toll. Ach, bei Sims 3 haben die Leute sich wenigstens noch Gedanken da drum gemacht. So, ähm... Leinwand rahmen lassen. Okay, okay. Da brauchst du nichts weitermachen. Ist das Ding jetzt eigentlich mehr wert? Ne. Hat man rahmen lassen, aber ist immer noch genauso wenig Scheiße wert. Okay. Ähm, nein, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. So, Scheiße war's. Joa, wie sieht's jetzt aus? Äh, an Sammler verkaufen, ansehen, in Invent... Im Inventar platzieren und einfach nur ansehen. Okay. Dann werden wir hier nämlich nach und nach mal die Wände auch voll machen, während sie auch noch Geld verdient. Hauptsache, die Rechnungen sind halbwegs gedeckt. Und die Räume hier werden schön. Das ist ja so, dass... Natürlich. Das ist das Telefon. Hab ich noch nie benutzt. Das ist dein Telefon, Alter, was geht. Ach, Leute. Was macht sie denn da? Ein paar Tomaten? Aha, aha, aha. Das sieht so ein bisschen aus wie Tomaten-Mozzarella-Salat mit irgendwas Grün draufgebrochen. Oder so. Und da ist irgendein Stiel hier von irgendeiner Frucht oder sowas mit drin. Aber das ist in Ordnung. Ach, Leute, geht mir doch nicht mit den Tipps hier auf den Sack. Nein, ich möchte keinen Tipp. Alter, Leute. Reisen, natürlich reisen. Das bringt auch so viel. Einen Job suchen, mhm. Sag mal. Lektionen. Es nervt. Es nervt wirklich. So leid es mir tut. Es nervt. EA, es nervt. Und Selfies beim Fressen machen. Natürlich. Das ist unser Sahnetörtchen, wie sie leibt und lebt. Mehr leibt, als lebt. So, Sahnetörtchen. Danach kannst du nochmal auf den Knödelkübel gehen. Und dann gehst du einfach mal schlafen. Hast du ja heute schon genug geleistet. Ähm, so, Lucius bekommt auch langsam Hunger. Dann kann er sich auch mal eine schnelle Mahlzeit. Nein, er kann hier mal öffnen. Was haben wir denn hier? Gartensalat. Grillkäse. Kann er sich hier mal was von einem Gourmet-Gras nehmen? Genau. Zusammen ein Gericht nehmen. Nein. Ein Gericht nehmen. Und Monika hängt da hinten wieder am Schreiben. Ach ne, die übt ja nur Schreiben. Das ist ja nur Schreiben üben heute. Ähm, und sie wird auch langsam, naja, die kann auch ein bisschen Schreiben üben. Dann wird das da vielleicht mal was mit ihr. Lucius, geh dir jetzt was zu fressen und damit ins Bett kannst, verdammt. Mann, dieses Kind macht mich fertig. Sei ja nicht so frei, sonst zinde ich dich an, Schwesterherz. Und, ja, Lucius kann das nämlich. So, ähm, genau. Aber das hier wirst du dann nochmal, äh, aufräumen, weglegen, war das, ne? Das wirst du dann weglegen und erst dann gehst du ins Bett, Kleines. Und Lucius, äh, wenn er gegessen hat, ist die Blase auch schon im Arsch. Naja, toll. Verwenden und dann kann er ins Bett. So, dann wäre dieser Tag hier doch schon wieder halbwegs erledigt. Und, äh, ja, wenn ich so auf die Uhrzeit, äh, wenn ich so auf die Aufnahmezeit gucke, werde ich mich jetzt aus dieser Folge verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch hier bei mir gefällt, lasst gerne ein Abo hier oder zumindest einen Daumen nach oben. Macht euch bemerkbar, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020